1000 Gäste bei der ersten Night of Finance. Bei der Nacht der Finanzen in der Würzburger Universität sprachen unter anderem der Wirtschaftsweise Prof. Peter Bofinger, Sarah Wagenknecht, Prof. Christian Koziol und Stefan Wolf. Sie diskutierten über den staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft. Der müsse ihrer Meinung nach verstärkt werden. Die Veranstalter, das studentische Börsenforum, plant auch für die nächsten Jahre eine Night of Finance.